Ich begrüße Dr. Markus Kral, bekannter Ökonom und Buchautor. Es geht um die Frage, wie lange können Notenbanken diese Krise noch wegdrucken, wie hoch können Schulden noch gehen und wann ist der Staat pleite, Markus Kral? Was sagen Sie? Also ich glaube, dass die Staatspleite unvermeidlich ist. Sie ist nicht nur möglich, sie ist unvermeidlich und zwar in ganz Europa und zwar einschließlich Deutschland. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Verschuldung Deutschlands selbst ist, so wie sie im Moment wächst, sowieso nicht tragfähig, nachhaltig tragfähig. Aber die verborgenen Schulden, die Deutschland übernommen hat, über Tage zwei und die ganzen Garantien im Zuge der Euro-Rettung, übersteigen die Kraft dieses Landes bei einer normalen Kapitalmarkt-Zinsbildung schon lange und bei weitem. Und deswegen wird sich der Kollaps der europäischen Staatsfinanzen nicht auf die Südländer beschränken. Der Euro hat im Grunde genommen als Infektionskanal gedient, um auch die deutsche Fiskalpolitik in die Pleite zu führen. Das weiß die deutsche Fiskalpolitik und ihr Finanzminister noch nicht, aber das werden sie bald rausfinden. Ja, dann sind Sie als Crash-Experte bekannt und all die Argumente, die Sie in den vergangenen Jahren geäußert haben, stimmen ja nun. Jetzt haben wir durch die Krise ja quasi den Faktor 10 bei all diesen Problemen. Man hört zum Beispiel, dass Hunderttausende von Bankkrediten nicht bedient werden, dass in der Eurozone etwa 1,5 Billionen Euro bei den Banken im Feuer stehen. Wie soll das denn? Also zunächst mal ist es so, dass die 1,5 Billionen, die die EZB jetzt zugegeben hat, Zufall hin oder her, ungefähr der Summe entspricht, die ich bereits im 3-ge-Crash 2016-17 prognostiziert habe, als voraussichtliche Kreditverlustgröße der Banken im Jahr 2020-21. Das ist also, ich würde mal behaupten, Punktlandung. Blöderweise ist es so, dass die EZB der Realität hinterherhängt und dass ich mich verschätzt habe, nämlich in der Größenordnung. Das Problem ist bei weitem größer als die 1.500 Milliarden an Krediten, die im Feuer stehen. Und zwar deswegen, weil die Rechnung, die ich damals aufgemacht habe, davon ausgegangen ist, dass etwa 300.000 bis 350.000 Unternehmen in Deutschland und etwa eine Million in ganz Europa Zombies sind, deren Pleite diese Größenordnung von 1,5 Billionen an Verlusten auslösen würde und dann eine Bankenrettung in der mehrfachen Größenordnung erforderlich macht, weil wenn eine Bank erstmal gekippt ist, braucht man das zwei- bis dreifache der Lücke, die da gerissen wurde, um die Bank zu stabilisieren. Jetzt haben wir dank Corona und dank der Bilanzfälschungspolitik, die unsere Regierung betreibt, nämlich Insolventunternehmen nicht mehr Insolvenz melden lassen zu müssen und ausgefallene Kredite nicht mehr abschreiben zu müssen in den Banken, eine gewaltige Ansteckungswelle von Krankenunternehmen an Gesundunternehmen. Also die gesunden Unternehmen machen mit den Zombies weiterhin Geschäfte, haben dann Forderungen an die. Diese Verbindlichkeiten der Zombieunternehmen werden nie bedient und so werden gesunde Unternehmen, gesunde Arbeitsplätze ohne Not mit in den Abgrund gerissen und die Corona-Maßnahmen haben die Zahl der Krankenunternehmen zusätzlich noch erhöht, sodass wir heute nicht von 300.000 bis 350.000 Zombies in Deutschland ausgehen müssen, sondern von etwa 800.000. Das ist jedes vierte Unternehmen und das betrifft auch alle Größenklassen und das bedeutet, dass wir nicht 1.500 Milliarden Euro im Vorjahr stehen haben, sondern eher die dreifache Größenordnung. Ja, aber da muss man jetzt kein Ökonom sein, um zu wissen, dass das so nicht endlos weitergehen kann. Gibt es denn da überhaupt einen Ausweg aus dieser Sackgasse? Es gibt aus dieser Sackgasse keinen Ausweg mehr, außer der Katharsis. Und die Katharsis bedeutet das Ende des Systems. Das ist auch, wie ich mittlerweile irgendwie eingesehen habe, auch eine Unvermeidlichkeit, die ihr Gutes hat. Und zwar deswegen, weil dieses Finanzsystem, das wir uns da gegeben haben, dieses Fiat-Geldsystem, so konstruiert ist es, dass es die Politik zum Missbrauch einlädt. Und dieser Missbrauch, der hat jetzt die letzten 15 Jahre in steigendem und gigantischem Maße stattgefunden. Und dieser Missbrauch hat jetzt Ungleichgewichte angehäuft, die das System nicht mehr tragen kann. Und der Zusammenbruch dieses Systems ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass es durch ein besseres System ersetzt wird. So funktioniert die Evolution auch in der Ökonomie. Und dieses bessere System ist die Rückkehr zu etwas, was wir schon mal hatten und was sehr viel besser funktioniert hat. Nach meiner Überzeugung ist das der Goldstandard. Ja, aber wenn man sich so anguckt, die Politik und insbesondere die Notenbanken, die tun ja nun so, als hätten sie das Zepter noch in der Hand. Ich meine, die haben, glaube ich, in diesem Jahr allein 15 Billionen, andere Stellen sagen 25 Billionen, jetzt global gedruckt. Also ich meine, naiverweise könnte man doch auch sagen, ja, kann doch jetzt so weitergehen. Ja, es ist überhaupt erstaunlich, wie weit die die Dose die Straße runterkicken können. Aber es ist auch klar, dass das Maß an Pulver, das sie zum Verschießen haben, begrenzt ist. Und die Begrenzung dieses Pulvers, die liegt im sogenannten Seniorage-Kapital der Zentralbank. Anders ausgedrückt, im Wert des Gelddruckmonopols, das sie hat. Die Zentralbank kann in gewissem Umfang Geld drucken, ohne dass es zu hyperinflationären Erscheinungsformen kommt. Und dieses Ausmaß, was sie drucken kann, hängt davon ab, welche Art von Assets sie dafür in ihre Bilanz nimmt und wie groß das Bruttosozialprodukt ist, das der Währungsraum abdeckt. Ganz generell und verallgemeinernd kann man sagen, wenn die Zentralbank mehr schlechte Assets im Buch hat, schlechte Assets heißt Assets, für die sie das Geld nicht wiederbekommt, das sie dafür ausgegeben hat. Also wenn sie Anleihen für 100 kauft und wenn sie verkaufen will, kriegt sie nur noch 10 dafür, dann hat sie 90 verschleudert. Ja, wenn also dieser Verlust an schlechten Assets das Bruttosozialprodukt ihres Währungsraums übersteigt, dann ist Ende Gelände. Und bei der aktuellen Geschwindigkeit des Gelddruckens in der Eurozone wird dieser Punkt erreicht sein, wahrscheinlich ab dem dritten oder vierten Quartal 2021. Wenn es der Zentralbank gelingt, das zu verlangsamen oder wenn das Bruttosozialprodukt deutlich wachsen würde, dann wird es auch noch ein bisschen länger dauern. Dann geht es nach 2022 rein. Aber die deflationäre Phase, die dem vorangeht, schließt eigentlich fast aus, dass es wieder wächst, sodass mit Wachstum nicht zu rechnen ist. Im Gegenteil, diese deflationäre Phase und die kommende Bankenkrise sorgt dafür, dass wir wahrscheinlich keine Entschleunigung, sondern eine zusätzliche Beschleunigung des Gelddruckens sehen werden. Denn diese ganzen Rettungsaktionen, die kosten Geld. Und zwar Geld, das der Staat nicht hat, das er vom Steuerzahler nicht bekommt, das er nicht von den Märkten bekommen kann und das er deswegen drucken muss. Und die Größenordnungen, über die wir hier sprechen, sind einfach nachzuvollziehen. Wir haben in der Europäischen Zentralbank vor 20 Jahren eine Bilanzsumme gehabt, also eine Zentralbankgeldmenge in Abgrenzung zur Giraldgeldmenge von etwa 700 Milliarden Euro. Jetzt sind wir knapp unter 7000 Milliarden Euro. Wir haben also das Zentralbankgeld verzehnfacht in der Zeit. Und wir haben mit diesen 6000 Milliarden Euro über über 6000 Milliarden Euro Differenz vor allem schlechte Assets in die Bilanz genommen. Nämlich italienische, französische, griechische, spanische, portugiesische und auch deutsche Staatsanleihen, die durch die Ansteckung ebenfalls mittlerweile schlechte Assets sind. Dass diese Anleihen alle auf Höchstkurs sind, hat gar nichts zu sagen, denn dieser Höchstkurs ist durch die Ankaufäuge mit frisch gedrucktem Geld hergestellt und kein Ergebnis einer freien Marktpreisbildung. Wenn es zu einer freien Marktpreisbildung kommen würde, dann würden die Kurse dieser Anleihen ins Bodenlose fallen und die Zinsen ins Uferlose steigen. Und insofern ist die tatsächliche Realität der Zentralbankbilanz die, dass sie wahrscheinlich mittlerweile in der Größenordnung von 5,5 bis 6 Billionen Euro schlechte Assets im Buch hat. Das Bruttosozialprodukt der Eurozone beträgt noch knapp 10 Billionen Euro, nachdem es ja dieses Jahr gewaltig geschrumpft ist. Und bei der aktuellen Gelddruckgeschwindigkeit werden die restlichen 4 Billionen bald gedruckt sein. Ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Aber ich meine, wie könnte denn der Kollaps oder der Zusammenbruch dann aussehen? Geht das, läuft das über die Banken oder dass Frau Müller am Kiosk dem Euro nicht mehr traut und sagt, ich möchte jetzt lieber mit Gold zahlen? Wie könnte sowas praktisch aussehen, so ein Kollaps? Das ist richtig. Einmal wird natürlich die Bankenkrise, die das Ergebnis der Zombie-Pleiten sein wird, gewaltige Mengen an Geld verschlingen. Das muss gedruckt werden. Das wird eine Weile gut gehen, eben so lange, bis die Grenze des Bruttosozialprodukts an schlechten Assets überstiegen ist. Denn wie wird denn die Bankenrettung laufen? Die Bankenrettung wird so laufen, dass die Banken verstaatlicht werden und die schlechten Kredite in gewaltige Verbriefungen gepackt, die dann die EZB zum Nominalwert, also zum vollen Wert und nicht zum realen ökonomischen Wert, aufkauft. Und damit wird sie diese Kredite aufkaufen zu einem Kurs von 100, obwohl sie auch nur noch vielleicht fünf oder zehn wert sind und wird damit steroidartig ihre Zentralbankbilanz aufpumpen. So wird die EZB zur größten Bad Bank der Welt. Und dann wird es dazu kommen, dass zunächst mal die Wechselkurse zum Dollar und zum Pfund fallen. Und in einem zweiten Schritt wird es zu einem Vertrauensverlust kommen und zu einer Explosion der Importpreise von Energie. Und diese Importpreise von Energie werden unsere Wirtschaft unter Druck bringen und alle Preise nach einem Angebotsschockartigen Muster, wie wir es 1973 schon mal gesehen haben, in Bewegung setzen. Und an dem Punkt werden die Märkte extrem nervös werden und es wird zu einer Flucht aus dem Geld kommen. Diese Flucht aus dem Geld findet ja in einem gewissen Umfang schon statt. Anders sind ja die Kurse von Aktien und Immobilien nicht zu erklären. Aber das wird sich dann ausweiten. Das wird alle realen Assets erfassen. Im Gold ist es ja auch schon der Fall zum großen Teil. Das wird sich dann auf Silber, Platin und so weiter ausweiten. Dann geht es in industrielle Güter. Dann geht es in langlebige Konsumgüter wie Autos, Waschmaschinen, Fernseher. Und dann klettert es die Leiter runter, so dass die Leute am Schluss die Sachen sofort in Lebensmittel möglichst haltbarer Art umsetzen werden. Und wenn das nicht geht, auch in nicht so haltbarer Art, weil es immer noch länger hält als das Geld. Es ist ein kaskadenartiger Effekt. Wer den genau studieren will, der muss sich die Geschichte von 1923 anschauen. Da haben wir den Blueprint dafür. Markus Karl, das sind keine schönen Aussichten, aber auch Fakten, die jeder wissen sollte. Ich danke erstmal, dass Sie an diesem Abend Zeit für uns genommen haben. Hier noch der Buchweis auf unseren Telegram-Kanal. Dort heißt er mmnewsoffiziell und unser Grundgesetz-Shop, das wir hoffentlich bald wieder haben. Markus Karl, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Mein Vergnügen. Bis dahin.